ich war erster und habe abgeamt aber vielleicht wollte ich ja genauso stehen damit ich ihn was ich getan habe weil ich wusste ich wusste wer piekt er piekt jede runde gleich ich lasse uns nach rücken also die runde die war auf jeden fall übertrieben heftig alter what the fuck man was war das für ein triggershot